Noch einmal herzlich willkommen zum letzten Kapitel, bei dem es um rhetorische Algebra gehen wird. Symbolische Algebra, also das Arbeiten mit Zeichen für Variable, die einfach nach vorgegebenen Regeln umgeformt wurden, ist so direkt für die ägyptische Mathematik natürlich nicht überliefert. Eine Besonderheit stellt aber die sogenannte Hau-Rechnung dar, in der für die Unbekannte das Wort Hau genutzt wird. Und dieses Hau kann man eben übersetzen als Haufen oder Menge. Beginnen wollen wir aber mit etwas anderem, etwas, in dem noch gar keine Unbekannten vorkommen und das auch seit einigen Jahren kaum noch eine Lobby in der Schulmathematik der Oberstufe hat. Sieben Häuser, 49 Katzen, Mäuse 343, zwei Kornähren 2401 und Hekart Körner, Hekart wieder die Maßeinheit 16.807. Gesamt 19.607. Und daneben noch eine Rechnung, einmal zweimal viermal gestrichen, also scheinbar siebenmal 2.801. Ja, was ist das hier? Es gab verschiedene Interpretationen nach Joseph. Eine war, Häuser, Katzen, Mäuse, Zweikornähren und diese Hekart Körner könnten quasi Symbole oder Namen für diese speziellen Zahlen 7, 49, 343 sein. Der Haken an dieser Interpretation ist, außer bei diesem Papyrus-Rind-Aufgabe 79 gibt es nirgendwo diese Bezeichnung. Die zweite und wahrscheinlich naheliegendere Interpretation ist, dass man hier so eine Art Knobelaufgabe hat. Sie haben ja vielleicht auch schon mal sowas gelesen, also hier steht sowas wie sieben Häuser gibt es, in jedem Haus gibt es, na, wenn sie mal nachrechnen, sieben Katzen. Jede Katze fängt sieben Mäuse, ergibt 343. Jede Maus hat sieben Zweikornähren gefressen, ergibt 2.401 und jede Zweikornähre enthält sieben Hekart Körner, ergibt 16.807. Wie viele sind es insgesamt zusammen? Natürlich merkt man jetzt auch, warum soll man eigentlich Häuser, Katzen, Mäuse, Zweikornähren addieren? Also eine ernsthafte Aufgabe der Buchhaltung ist das wohl nicht, sondern ein Stück ja Unterhaltungsmathematik, könnte man sagen und damit ein Beleg für die These vom Aristoteles, dass hier zumindest nicht nur ganz praktische Dinge getan werden sind, sondern dass es sowas wie Knobelaufgaben gab oder man könnte auch sagen, naja, das ist vielleicht eine eingekleidete Aufgabe, wo man etwas lernen soll, nämlich die Potenzen von der sieben. Was hier ja dann gemacht wird, wenn man genauer hinschaut, ist, dass man eine geometrische Reihe mit dem Anfangswert sieben und dem Faktor sieben dort einfach stehen hat. Es gibt auch eine andere Aufgabe, mit der werden wir uns aber noch in der Übung beschäftigen, da kommt dann die arithmetische Reihe zum Tragen. Gut, aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Hau-Rechnung. Hau war ja Haufen, hatten wir gesagt und das ist gewissermaßen eine Beschreibung für eine Unbekannte. Wie schaut das jetzt aus auf dem Papyrus Rind? Hier wäre so eine Aufgabe. Ich habe die mal in der Darstellung etwas ganz leicht modifiziert und die Interpretation stammt hier von Herrn Führer. Die Aufgabe ist, ein Haufen und sein Siebtel zusammengenommen ergeben 19. So, jetzt wird zuerst einmal gerechnet, wenn man sich das anschaut, ein und ein Siebtel mal sieben und das erhält man als Ergebnis acht. Man kann das so interpretieren, dass man sagt, nehmen wir einfach mal an, der Haufen bestünde aus sieben Teilen, dann wäre der Haufen und sein Siebtel zusammen acht und nicht die gesuchten 19 Teile. So, was passiert jetzt in den folgenden Zeilen? Der Lutz Führer interpretiert das so, dass er sagt, jetzt folgt eine Divisionsaufgabe. Wir schauen, wie oft die acht in der 19 steckt. Also wird die acht erst einmal verdoppelt, haben wir 16, das reicht dann noch nicht. Jetzt machen wir wieder halbieren, Viertel, Achteln. Okay, dann kommen wir wieder auf zwei und ein Viertel und ein Achtel ergibt 19. Man erhält jetzt also quasi einen Korrekturfaktor, könnte man sagen, zwei, ein Viertel, ein Achtel, beziehungsweise wir würden sagen 19 Achtel und wenn Sie den mit der sieben multiplizieren, dann erhalten Sie natürlich tatsächlich die korrekte Lösung. 19 mal sieben geteilt durch acht ist die Lösung, wenn x plus ein Siebtel x 19 ergeben soll. Ja, konnten Sie das jetzt schon nachvollziehen, wie da gerechnet wird? Wie findet man insbesondere diese Testzahl? Nun, zu der Testzahl vielleicht der Tipp, schauen Sie sich mal an, sieben und ein Siebtel, das ist vielleicht nicht ganz zufällig so gewählt worden. Aber damit Sie selber mal üben können, wie das funktioniert, gebe ich Ihnen mal wieder zwei Aufgaben und sage, Sie nehmen sich einen Zettel und einen Stift und versuchen das jetzt nach demselben Muster, wie auf der Folie vorher, auszurechnen. Die Aufgaben sind x plus ein Halb x ist gleich 16 und x plus ein Viertel x ist gleich 15. Also dann, viel Erfolg! Ich fange mal mit der ersten Aufgabe an. x plus ein Halb x ist 16. Irgendwas, was durch 2 teilbar ist, naja, nehmen wir mal die 4. Also sagen wir einmal 4 ist 4 und ein Halb mal die 4 ist 2 ergibt sich in Summe 6. So, jetzt haben wir die 6 und müssen gucken, wie oft passt die 6 in die 16. Ja, verdoppeln wäre vielleicht nicht schlecht. Also nehmen wir mal 2 mal die 6 ist die 12. 2 mal die 6 ist die 12. So, jetzt haben wir hier 12 plus 6 wären wir aber schon bei 18. Das ist vielleicht doch nicht so der Hit. Also nehmen wir vielleicht doch mal ein Halb mal die 6. Bei ein Halb mal die 6 wären wir bei 3. Jetzt hätten wir die 6 plus die, äh, jetzt hätten wir meinetwegen die 12 plus die 3 haben wir die 15. 15 ist irgendwie auch noch nicht so der Hit. Wir brauchen jetzt noch den 1er. Jetzt sieht man schon, aber wenn man hier die 2 hat und also die 1,5 und hat hier die 3. Jetzt müssen wir quasi hingehen und sagen, damit wir das hinkriegen, da können wir jetzt keine Viertel nehmen. Da müssen wir jetzt in diesem Fall mal die Sechstel nehmen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Sechstel, dann haben wir hier tatsächlich die 1 stehen. So, also es geht ja auch eine Division durch 3. Ist ja nicht streng verboten. Gut, dann schauen wir mal weiter, was jetzt passiert. Jetzt addieren wir wieder. Also wir brauchen hier wohl die 12, wir brauchen die 2 und wir brauchen die 6. Dann müssten wir eigentlich hinkommen. Schauen wir nochmal. Also 2, ähm, 12 plus 3 ist 15, plus 1 ist 16. Das haut schon mal hin. Und für Vornamen, wir stehen 2,5 plus 1,6. So, das muss jetzt unser Vorfaktor bei der Lösung sein. 2 plus 1,5 plus 1,6. Damit sollen wir multiplizieren unsere Testzahl, die wir hier angenommen haben, die 4. Okay, dann rechne ich das nochmal aus. Also steht hier 2,3 Sechstel plus 1,6 mal 4. So, mal hier ordentlich Klammern drum machen. Rechnen wir nochmal weiter. Die 2 können wir da auch noch auf den Hauptnenner bringen. Also haben wir dann da stehen 12 plus 3 plus 1 geteilt durch 6 mal 4. Soll angeblich unsere Lösung sein. Jetzt rechnen wir das auf. 12 plus 3 ist 15 plus 1 ist 16. Also 16 Sechstel mal 4 soll angeblich die Gleichung da oben lösen. Okay, dann rechnen wir das auch noch aus. 16 mal 4. 4 mal 6 ist 24 und 4 ist 64 Sechstel ist angeblich die Lösung. Dann werden wir das mal einsetzen. 64 Sechstel plus die Hälfte davon sind 64 Zwölftel. Das kann man auch schreiben als 128 plus 64 geteilt durch 12. So, das ist dann 128 plus 4 ist 132. 192 Zwölftel und 192 Zwölftel ist tatsächlich 16. Das hat also funktioniert. Gut, dann rechnen wir auch noch mal die andere Aufgabe. x plus ein Viertel von x ist gleich 15. Ja, da bin ich jetzt mal faul und würde sagen, wir nehmen als Testzahl mal hier wieder die 4. Dann hätten wir da stehen, 1 mal 4 ist 4. 1 Viertel mal 4 ist 1. Das ergibt in Summe 5. 5 ist jetzt 1 und 1 Viertel. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie oft passt die 5 in die 15. Ah, da haben wir aber Glück gehabt. Mal 2 nehmen und dann sind wir schon fertig. Da kommt hier 15 raus und hier vorne als Summe die 3. Und jetzt wissen wir, 3 ist der Korrekturfaktor, mit dem wir die 4 mal nehmen müssen. Also 3 mal 4 ist gleich 12. Hat sich jetzt diesmal sehr viel schöner rechnen lassen. Oben eingesetzt. 12 plus 12 Viertel ist gleich 12 plus 3 ist gleich 15. Das ist also auch korrekt. Und wenn wir jetzt mal nachschauen, dann ist das hier sogar eine authentische Aufgabe auf dem Papyrus Rind, für die wir aber noch eine Interpretation uns ansehen müssen. Die neuere Interpretation ist tatsächlich das Analog zu Lutz Führer, das hier so gerechnet wurde, wie wir das gerade gemacht haben mit diesem Wir raten mal eine falsche Lösung. Das nennt man False Position im Englischen auch oder einfachen falschen Ansatz im Deutschen. Dann kriegen wir eine Lösung raus. Die ist 5, die ist zu klein und die müssen wir jetzt korrigieren, so dass wir auf die richtige Lösung kommen. Das ist die etwas neuere Interpretation der Aufgabenstellung. Es gibt aber auch noch eine andere Interpretation. In der ersten Übersetzung quasi des Papyrus Rind verwendete heute nicht mehr ganz so übliche Interpretation ist, dass man sagt, aha, x plus 1 Viertel, das haben die halt erstmal in die ersten beiden Zeilen hingeschrieben und dann gesehen, okay, 1 plus 1 Viertel, das sind 5 Viertel. Jetzt muss ich sozusagen die 5 Viertel noch durch 5 dividieren, damit ich dann darauf komme, was x ist. So und jetzt schaue ich mal, also wenn ich einmal 5 nehme und zweimal 5 habe ich insgesamt 15 und wenn ich jetzt gucke, dann habe ich also, wenn ich das mit den Fünfern gemacht habe, vorne die 1 und die 2 und die muss ich auch beide anstreichen, um auf die 15 zu kommen. Also ist 15 geteilt durch 5 3. Damit wäre x Viertel dann 3 und x ist gleich 12. Sie sehen schon, da ist sehr viel mehr hereininterpretiert in diese Darstellung. Wir hätten jetzt hier die Division eigentlich auch in einem ungewöhnlichen Format, weil wir normalerweise sagen würden, diese 1 und die 2, die da vorne stehen, zusammen, das sollte ja eigentlich quasi das sein, wodurch man dividiert. Und hier ist das jetzt aber so interpretiert, dass da vorne das Ergebnis rauskommt. Das wäre sehr ungewöhnlich. Aber ganz klar, entscheiden kann man das nicht. Es ist eben, wie bereits in der Vorbesprechung angemerkt, letzte Sicherheit über solche Fragen können wir aus heutiger Sicht nicht gewinnen. Und es besteht immer die Gefahr von Anachronismen, also dass wir aus heutiger Sicht auf die Dinge draufblicken und da Sachen sehen, die damals vielleicht gar nicht so gedacht worden sind. Und zumindest solange Doc Brown nicht den Fluxkompensator entwickelt und uns dann im DeLorean mit ins Alte Ägypten nimmt, werden wir das auch nicht klären können. Mit dieser leicht angestaubten Popkulturreferenz, will ich es dann für heute gut sein lassen. Sie gönnen sich jetzt noch wieder so zwei bis drei Schnitzel, wenn Sie mögen. Ansonsten sage ich schon mal Servus, Baba und vielleicht auch Wiedersehen beim nächsten Video, in dem wir jetzt um Ethnomathematik gehen oder eben live im Repetitorium an der Universität Klagenfurt. Also, tschüss!